Wer sicherheitskritische Anlagen betreibt oder sicherheitsrelevante Anwendungen entwickelt, trägt Verantwortung für seine Assets und seine Mitarbeiter, aber auch gesellschaftlich für Menschen und erträgt Verantwortung für die Umwelt. Dieser Verantwortung muss man gerecht werden, deshalb ist der Stand der Technik einzuhalten. Jede Applikation hat ihre individuellen sicherheitskritischen Anforderungen. Die ideale Basis für Anwendungen, für die ein Nachweis der funktionalen Sicherheit zu erbringen ist, bildet HICORE. Typische Anwendungen für dieses Safety System on Chip finden sich in der Sensorik, Aktorik und Steuerungstechnik, in energieerzeugenden Anlagen, in der Medizintechnik und im Homecare-Bereich sowie in der Logistik und Intralogistik. Mit HICORE lässt sich SIL 3 Sicherheit in Anwendungen in der Logistik und Intralogistik leicht und wirtschaftlich integrieren. Dies unterstützt auch den Industrie 4.0 Gedanken, die sichere und höchsteffiziente Kommunikation von Maschinen zu Maschinen. Neben eigenen Innovationen entwickelt HEMA auch gemeinsam mit wissenschaftlichen Instituten und Herstellern neue Ideen für die Zukunft der Logistik und Maschinensicherheit. Auch in der Medizintechnik und im Homecare-Bereich hält der Begriff der funktionalen Sicherheit Einzug. Mit HICORE kann SIL 3 Sicherheit zum Beispiel für Operationsroboter oder Homecare-Geräte einfach integriert werden. HICORE bietet alle Vorteile einer kompletten Sicherheits-SPS. Das eigensichere Betriebssystem ist bereits durch den TÜV Rheinland zertifiziert, wodurch die Abnahme des Gesamtsystems stark beschleunigt wird. Die Architektur von HICORE basiert auf einem 1-von-2-D-System. Das integrierte Kommunikationssubsystem arbeitet unabhängig und rückwirkungsfrei. Die integrierten Prozessorkerne besitzen jeweils eigene integrierte Arbeits- und Programmspeicher sowie unabhängige Debug-Einheiten und Kommunikationsschnittstellen. Die HICORE-Lösung beinhaltet das Safety System on Chip, das eigensichere Betriebssystem, die Middleware und umfangreiche Dienstleistungen. Diese reichen von Beratung, Unterstützung bei der TÜV-Abnahme und vollständigen Zertifizierung bis hin zur Entwicklung einer kundenspezifischen Platine. Safety – Non-Stop. Die HICORE-Lösung wurde vom Safety-Experten HEMA entwickelt. HEMA hat 1970 das weltweit erste TÜV-zertifizierte Sicherheitssystem auf den Markt gebracht. Seither hat das deutsche Familienunternehmen mit bahnbrechenden Innovationen die moderne Sicherheitstechnik entscheidend mitgeprägt. Heute sorgen HEMA-Safety-Lösungen in der Prozessindustrie für Sicherheit und einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb. Auch an Flughäfen und in der Bahnindustrie kommen HEMA-Safety-Lösungen zum Einsatz. Selbst den hohen Anforderungen an Sicherheitslösungen in der Logistik und Intralogistik wird HEMA gerecht. Denn Störungen haben hier Konsequenzen für den gesamten Material- und Warenfluss. Mit diesen Erfahrungen ist HEMA der perfekte Safety-Partner für Ihre Applikationen. HICORE – kompromisslose Z3-Sicherheit auf einem Chip.